Meine lieben Studierenden, herzlich willkommen zum Seminar Grammatiken des Deutschen. Heute mit dem ersten Thema, nämlich der sogenannten Satzliedanalyse. Das ist zugleich vielleicht auf den ersten Blick das einfachste Thema, aber auf der anderen Seite auch das schwierigste. Ich würde zunächst, bevor ich mit Ihnen das Ganze durchgehe oder zumindest an einer Grammatik beschreibe, das ist gar nicht so trivial, vielleicht ganz kurz auf den organisatorischen Rahmen noch einmal eingehen mit einem dezidierten Hinweis darauf, dass nicht nur diese Aufzeichnung weitestgehend digital barrierefrei ist, sondern auch das ganze Material für dieses Seminar digital barrierefrei sein wird, nämlich indem ich die Präsentation, die Sie gerade sehen, als PowerPoint-Datei hinterlege und zwar sowohl in der Beschreibung unter diesem Video als auch an allen Orten, die ich Ihnen schon gezeigt habe, das heißt sowohl auf unserer Website als auch in der Matrix-Gruppe. Meine Sprechstunde, wenn Sie Fragen haben, 13 bis 14 Uhr via Werbei. Und dieses Video ist Teil der Playlist auf YouTube zum Seminar. Noch einmal die Erinnerung und bitte darum, dass Sie mir bitte jederzeit Feedback senden können, sowohl zu den einzelnen Veranstaltungen als auch zu den Veranstaltungen in Gänze. Und alle unsere Kontaktdaten am Lehrstuhl finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite. Zur barrierefreien Präsentation hier gehört, dass ich nur noch sprechende Links verwende, weitestgehend auf Tabellen verzichte und alle Einzelelemente, also wie Grafiken ausgewiesen und beschrieben habe und auch die Leseanordnung in dem Dokument präzisiert habe. Die Schnellansicht, das heißt, das PDF, das zeitgleich mit verlinkt wird und angegeben ist, dient nur der Schnellansicht und ist selbst nicht barrierefrei, um das klar vorweg zu sagen. Gut, aber kommen wir zum Thema für heute, nämlich zur Satzlied-Analyse. Und bevor ich damit beginne, möchte ich mit einigen Vorbemerkungen zur Grammatikografie einsteigen. Das heißt, zur Frage, wie kommen wir denn überhaupt dazu, bestimmte sprachliche Strukturen zu beschreiben? Aus welcher Perspektive tun wir das und was wollen wir damit modellieren? Und ich würde einsteigen mit einer Diskussion der Begriffe der Präskriptivität und der Deskriptivität, das heißt des Vorschreibens von sprachlichen Normen und dem Beschreiben, also für die Deskriptivität Beschreiben von sprachlichen Konventionen und Regeln, die sich durch Gebrauch entwickeln. Das sind die zwei ganz grundsätzlich zu unterscheidenden Perspektiven, die man auf Grammatik, also auf die Modellierung von Sprachwissen einnehmen kann, nämlich dass man einmal eine Norm vorschreibt und zum anderen den Sprachgebrauch beschreibt. Heute sind die meisten Grammatiken und der linguistische Zugang zur Modellierung von Sprachwissen deskriptiv. So auch die Duden-Grammatik, die heute an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielen wird. Allerdings geht es nicht zusammen mit einem Alltagsverständnis von Grammatik oder von Rechtschreibung oder dem Status und Stand von Sprache, sondern das Alltagsverständnis geht häufig mit dem Normbegriff einher. Und hier sehen Sie mal drei typische Äußerungen, Argumentationen, die damit üblicherweise verbunden sind, nämlich die Hoffnung, der Glaube, die Auffassung, dass es so etwas wie eine festgeschriebene Norm gäbe, die prinzipiell, also konzeptionell, unveränderlich ist. Die Diskussion erleben Sie im öffentlichen Sprachgebrauch im Moment besonders im Hinblick auf geschlechtergerechte Sprache. Das heißt, da wird im Moment auf dem Feld mit der Sprache ein, wie Henning Lubin das sagt, ein Kulturkampf geführt. Und die Linguistik würde einfach eine Gegenfrage stellen. Das ist eine sehr perfide Technik, um so etwas, sagen wir mal so, die Grenzen eines solchen Konzepts auszuleuchten. Ist damit die Grammatikalität, also der grammatische Status von zum Beispiel regionalen Varietäten, fraglich? Also warum ist zum Beispiel die Tun-Periphrase, die in weiten Teilen in der gesprochenen Sprache verwendet wird, warum wird die zum Beispiel in normativen Grammatiken eher abgewertet? Oder wie sieht es denn mit der Bildung des Konjunktivs mit Thäte aus, die zum Beispiel im oberdeutschen Sprachraum üblich ist? Oder wie gehen wir denn mit Fragen der doppelten Verneinung um, die zum Beispiel im Bayerischen durchaus eine Verstärkung bedeutet? Das nächste, so eine Norm, ja, also diese einheitliche Norm, die prinzipiell unveränderlich ist, die hat prinzipiell so etwas wie einen Gesetzescharakter. Also dagegen kann man verstoßen, ja. Also das heißt, es gibt das Richtige und das Falsche und wenn es eine Norm gäbe, die Gesetzescharakter hätte, dann würden Normverstöße auch entsprechend sanktioniert. Jetzt können Sie einwenden, ja, in der Schule zum Beispiel gibt es Notengebungen und so weiter und so fort. Aber in letzter Weise, in letzter Konsequenz werden Sie nicht zu einem Bußgeld verurteilt, weil Sie den Genitiv oder den Dativ, je nachdem, bei Wechselpräpositionen oder bei anderen Präpositionen falsch verwendet haben. Das nächste, was damit zusammenhängt, ist ein Bild davon, dass wenn man gegen diese unveränderlichen, ewig gültigen Normen verstößt, dann führt das zweifelsohne und innerhalb kürzester Zeit sowohl zum Sprachverfall als auch damit verbunden häufig zum Untergang des Abendlandes. Das alles ist leider nicht der Fall, wenn man sich das Ganze anschaut. Denn wenn so ein Automatismus griffet, dann wäre unser Gegenstand ja relativ einfach zu beschreiben. Zum Glück aber, deswegen nur in Anführungszeichen, das leider, ist unser Gegenstand sehr komplex. Und Sprachwandel, also das heißt, die Veränderung von sprachlichen Strukturen, zeugt leider immer nur für die kommunikative Reichweite einer Sprache. Wenn Sie wollen, lesen Sie mal in das heute erschienene Universitätsjournal der TU Dresden rein. Da ging es um die Erweiterung des Wortschatzes während der Corona-Pandemie. Und da kann man sich einen Eindruck davon verschaffen, wie wir zum Beispiel mit gesellschaftlich relevanten Veränderungen üblicherweise umgehen. Und das Ganze läuft natürlich nicht systematisch ab, ja, sondern also bevor Sie ein neues Wort prägen, denken Sie nicht erst darüber nach, wen Sie verärgern könnten, wenn Sie das in einer spezifischen Art und Weise schreiben, sondern Sie verwenden es, weil Sie damit eine gewisse kommunikative Reichweite erzeugen wollen und verstanden werden möchten, ohne dass Sie vorher ein ohnehin nicht existierendes Gesetzeswerk zum Sprachgebrauch durchgeblattet hätten. So, kommen wir mal zum nächsten und möglicherweise, dass der Eindruck, der heute entstehen wird, ist, dass diese Gesetzestexte, ja, also das heißt mehr oder weniger auf grammatikografischen Prinzipien aufruhende wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zum Sprachwissen und entsprechenden Modellierungen sich selbst nicht einig sind. Das zeige ich Ihnen aber heute in diesem kurzen Input-Video. So, also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, also zu diesen unterschiedlichen Normverständnissen von Sprache, immer noch eine Übersichtsgrafik von Beate Hennig von 2009, nämlich, dass die Linguistik oder die Sprachwissenschaft eher ein deskriptives Modell beschreibt, von Gebrauchsnormen spricht, was eher Regeln sind, also Konventionen, und die Sprachöffentlichkeit eher der Auffassung sei, es gäbe so etwas wie einen präskriptiven, verpflichtenden Charakter von Normen, die irgendwie in gesetzesähnliche Texte gegossen sind. Das ist eines der größten Missverständnisse, die Sprachwissenschaft und Sprachöffentlichkeit voneinander trennen. Und an diesem Unterschied laborieren wir auch in der Öffentlichkeit mit großer Regelmäßigkeit. Also insofern ist mir das besonders wichtig, dass wir zum Einstieg in ein Seminar über die Grammatik kennen, des Deutschen uns eben genau damit auseinandersetzen, wie so eine Diskussion auch in der Sprachöffentlichkeit wahrgenommen wird. Um nur ein paar mögliche Modelle mal ins Spiel zu bringen, die mit Grammatik im weitesten Sinne zu tun haben, würde ich vorschlagen, dass ich einmal ganz kurz durchgehe. Ich fange mal an mit der traditionellen Grammatik. Die wird auch gern als Schulgrammatik bezeichnet. Das heißt, das ist das, was jeder in der Schule mitnimmt an grammatischem Wissen. Die ist häufig orientiert an traditionellen klassischen Grammatikmodellen, also vor allen Dingen dem griechischen und dem lateinischen und wird im weitesten Sinne für die Terminologiearbeit verwendet, um Sprachstrukturen zu erfassen. Das Ganze ist nicht systematisch, wirft im Detail mehr Fragen auf, als es Antworten gibt, aber es ist so eine erste Orientierungsmöglichkeit und Sie werden heute sehen, was ich damit meine. Das Nächste sind strukturalistisch orientierte Grammatiken, die ganz klar zwischen einer Syntagmatik und Paradigmatik unterscheiden. Die versuchen, die Distribution und Klassifikation sprachlicher Einheiten in den Vordergrund zu schieben. Das Ganze funktioniert im Deutschen so lange sehr gut, solange Sie sich die flektierbaren Wortarten anschauen und danach wird es schwierig. Allerdings sind diese strukturalistisch orientierten Grammatiken ein sehr wichtiger Bestandteil innerhalb der Wissenschaftsgeschichte der Linguistik, da daraus zum Beispiel auch, und jetzt komme ich gleich zum nächsten, Dependenz- und Valenzgrammatiken sehr stark befeuert werden, wenn es um die Darstellung von bestimmten Strukturbildungsprozessen geht innerhalb der Sprachwissenschaft. Dependenz- und Valenzgrammatiken haben wir auch als Thema. Dann kommen wir zu so etwas wie der funktionalen Grammatik, die sowohl auf die strukturalistische Theoriebildung zurückschaut, als auch auf die traditionelle Schulgrammatik und direkt daran anschließt und die Funktionen sprachlicher Einheiten sehr stark in den Vordergrund schiebt. Allerdings lassen sich hier auch unterschiedliche Modelle beschreiben, mit die sprachliche Strukturen unterschiedlicher Granulierungsgrade erfassen und es ist auch nicht die funktionale Grammatik, sondern auch hier gilt, man müsste das eher im Plural bezeichnen. Also es gibt unterschiedliche Grammatiken, die funktionalen Anspruch haben. Da sehen Sie gleich und drunter die Kasus-Grammatik und die Konstruktionsgrammatik könnte man auch als funktionale Grammatik beschreiben. Also das heißt, das ist jetzt nichts, was nebeneinander steht, sondern mehr oder weniger ineinander diffundiert und übergeht. Dann haben wir die generative Transformationsgrammatik, die sprachliche Strukturen relativ mechanisch und transformationell generiert werden. Ist ein Grammatikmodell, von dem ich eher Abstand nehmen würde, denn es gibt unterschiedlichste Hinweise in kognitiv orientierten Grammatiken, dass wir Sprache auf anderem Wege konzeptualisieren und sprachliche Strukturen auf anderem Wege konzeptualisieren. Die generative Transformationsgrammatik hat Schwierigkeiten damit, Spracherwerb, Sprachwandel und vor allen Dingen mehrteilige Strukturen zu beschreiben, die eben nicht projiziert werden können aus einer Lexikonentität und einer grammatischen Regel. Darauf will ich jetzt aber im Detail gar nicht weiter eingehen. Die Transformationsgrammatik hat aber insofern eine wissenschaftsgeschichtliche herausragende Position, weil sie das gängige Paradigma innerhalb der Grammatikbeschreibung für sehr, sehr, sehr viele Jahrzehnte gewesen ist. Und aus der generativen Grammatik zum Beispiel so etwas wie die Chaosusgrammatik entstanden ist, also Fillmore's Deep Cases sind eine Antwort auf die Frage, wie grammatische, wie semantische Tiefenstrukturen funktionieren, die eben aus seiner Auffassung heraus sprachliche Strukturen sehr viel plausibler erklären können, also gegenstandsadäquater als abstrakte Norm- und Regelmodelle. Und das Ganze führte zu Erweiterungen in der kognitiven Linguistik, kognitiven Grammatik, Tomasello zum Spracherwerb und so weiter und so fort bis hin zur Konstruktionsgrammatik, die man mehr oder weniger als eine kognitiv orientierte Inhaltsgrammatik bezeichnen könnte. Inhaltsgrammatik ist dabei ein Terminus von Peter von Polenz aus seiner Satzsemantik, die würde ich Ihnen, ich weiß nicht, ob man die noch guten Gewissens empfehlen kann. Also wenn Sie wissenschaftsgeschichtlich orientiert sind und spannende Fragen und Anregungen suchen, also wenn Sie immer schon mal wissen wollten, warum jemand wie Peter von Polenz auch seine Schwierigkeiten hatte, sprachliche Strukturen zu beschreiben, dann lesen Sie mal die Satzsemantik. Das ist ein relativ schmales Bändchen, das kann ich Ihnen mal zeigen. Satzsemantik Peter von Polenz, da. Unbedingt lesenswert ist eines meiner, ja, als einer der wichtigsten Texte neben der Grammatik von Ulrich Engel. Die zeige ich Ihnen aber heute nicht, weil sie in meinem Büro liegt. Also die beiden, also Satzsemantik und Ulrich Engel, wenn Sie über sprachliche Strukturen nachdenken wollen, lesen Sie die beiden. Heute wird eher im Vordergrund das hier stehen, und zwar die Duden-Grammatik Band 4, leider in der achten Auflage im Büro steht die neunte. Daneben werde ich heute mit Ihnen einen Blick werfen in einen Klassiker der Satzanalyse, und zwar von Klaus Welke. Sie könnten auch lesen die Syntax von Christa Dürschheit, die steht im Moment im Büro. Und dann ebenfalls immer einen Blick wert und immer zitiert ist Hans-Werner Ehrams, Syntax der deutschen Sprache. Das sind so Grundsatzüberblicke, wo man sich bestimmte Fragen genau anschauen kann. Das Ganze führt natürlich aber auch ein bisschen weiter. Nämlich, hier hätte ich für Sie ein Angebot zur Theorie der Prädikation. Also, falls Sie sich sowas mal fragen, kommt aus einer neueren Grammatikschule. Und wenn Ihnen das alles zu viel ist, dann darf ich Ihnen schon beim letzten Mal ganz kurz gezeigt die Syntax-Theorien von Hagemann und Staffelt vorstellen, in denen Sie einen kurzen Überblick bekommen, zum Beispiel über die Satzgliedanalyse. Also da ist der Welke in Kurzform drin, der mehr oder weniger hier in diesem ersten, in der Einführung in die Satzanalyse als Studienbuch verfügbar ist. Okay, kommen wir aber mal zu genau dem Problem an der Satzgliedanalyse. Was ist eigentlich das Thema? Hier aus einem anderen Kontext ein von mir sehr geschätztes Zitat von Konrad Elig aus der Sprechhandlungsanalyse, das heißt aus der Pragmatik, der sich mit der Frage auseinandersetzt, was eigentlich das Problem ist an oder die Herausforderung an linguistischer Terminologiebildung. Ganz kurz für diejenigen, die sehr beeinträchtigt sind, muss ich das vorlesen. Die Linguistik bewegt sich trotz teilweise erheblicher Theorie technischer Innovationen, gemeint ist hier die Sprechakttheorie und vor allen Dingen auch der sogenannte pragmatische Turn in der Linguistik, noch immer weitgehend in den Grenzen grammatisch-syntaktischer beziehungsweise semantischer Analyse von Sprache, die in der Antike gezogen wurden. Das sind genau die Modelle, sowas wie Subjekt, Prädikat, Objekt. Die wichtigsten Analysekategorien gehen auf jene Forschungstradition zurück. Diese Kategorien sind über die schulische Vermittlung zugleich Bestandteil des Standardwissens geworden. Kategorien wie die der Wortarten, beispielsweise Verb oder Adjektiv oder solche wie Subjekt, Prädikat gehören dazu, ebenso wie die elementaren Einheiten der Wort- und Formenlehre. Die neueren linguistischen Bemühungen haben zu neuen Terminologien und zur Einbeziehung neuer Theorie Hintergründe geführt, doch sind die Einsichten in die Strukturen der Sprache dadurch nur zum Teil wirklich weiterentwickelt worden. Daraus ist einerseits abzulesen, dass die antike Analyseweise von Sprache relativ erfolgreich war und für viele Zwecke der Beschäftigung mit Sprache ausreichte. Andererseits geht daraus aber auch hervor, dass es nicht gelungen ist, die Reduktion des Analyseobjektes rückgängig zu machen, die am Anfang dieser Analyse-Tradition stehen. Und noch einmal sich auf das Griechische und das Lateinische beziehen, nicht auf das Deutsche. Das heißt, dass viele grammatische Eigenheiten, die wir an dem Lateinischen, also dem klassischen Latein, nicht dem Mittellatein, dem klassischen Latein beschreiben können, sich nicht irgendwie auf das Deutsche automatisch übertragen lassen, sondern dass wir hier mit sprachlichen Strukturen zu arbeiten haben, die sehr viel spezieller sind, da sie nämlich bestimmte grammatische Marker über die Jahrhunderte abbauen und zum Beispiel sowas wie zu verfestigten Mehrworteinheiten führen, also Phrasemen oder Phraseologismen, die dann eine eigenständige Bedeutung tragen. Mit denen hat übrigens auch die Transformationsgrammatik erhebliche Probleme, weil sie sich nämlich nicht regelhaft zerlegen lassen und so weiter und so fort. Sie bedeuten also nicht das, was ihre Teile summativ zusammenstellen, sondern sie haben eine eigenständige Bedeutung, die man lernen muss. Also sie verhalten sich wie Wörter, obwohl sie eigentlich Syntagment sind. Das ist das Problem. Und das ist schon das, was ich einleitend sagte. Das heißt, die Satzliedanalyse ist sowohl die einfachste als auch zugleich die schwierigste. Der schwierigste Teil hier in dieser Einführung, aber wir können ja mit Ruhe beginnen. Also die traditionelle Satzliedanalyse, immer wenn ich traditionell sage, meine ich so etwas wie die Schulgrammatik oder das, was Konrad Elich hier gerade angesprochen hat. Also das heißt, die klassische Beschreibung von Sprachwissen und Modellierung von Grammatik. Also setzen wir ein mit der traditionellen Satzliedanalyse. So, vielleicht einmal, wie Sie üblicherweise Satzlieder bestimmen können. Es gibt einen ganz einfachen Test, den dürften die meisten auch von Ihnen kennen. Das ist die sogenannte Auslass- oder Verschiebeprobe. Glauben Sie mir, mit der Verschiebeprobe fahren Sie in der Regel sicherer als mit der Auslassprobe. Ich habe Ihnen jetzt hier mal, das spielen wir jetzt durch, den Satz. Der Dozent schickte dem Studenten gestern eine knappe E-Mail mit Aufgaben und Lösungen. Die wichtigsten Teile dreimal hin und her geschoben. Das sind der Dozent, dem Studenten eine knappe E-Mail mit Aufgaben und Lösungen schickte und gestern. Und diese können Sie, und das ist die klassische strukturalistische Vorgehensweise, zwischen Form und Funktion unterscheiden. Das heißt, Sie können Vormerkmale definieren. Die orientieren sich meistens an irgendeinem Wortartenmodell plus einer Beschreibung von bestimmten Gruppen oder Phrasen. Sie sehen das hier schon. Der Dozent wäre zum Beispiel eine Nominalkruppe oder Phrase im Nominativ. Dann haben wir das Verb. Dann haben wir eine Nominalkruppe im Dativ. Dann haben wir ein Adverb. Eine Nominalkruppe im Akkusativ und eine Präpositionalgruppe oder Phrase im Dativ. Ja, mit mit. Zur Funktion vielleicht ganz kurz. Die leitet sich, wenn man Sie fragt, wie kommen Sie denn darauf, dass die Nominalkruppe im Nominativ das Subjekt sei, wird man ganz unterschiedliche Dinge hören. Ich würde Ihnen mal ganz kurz dazu die Einleitung aus der Dudengrammatik vortragen, was denn ein Satz sei. Also ein Satz zunächst wird hier aufgefächert vom Verb ausgehend. Und vom Verb ausgehend wissen Sie, wenn man das tut, dann ist oder Valenzgrammatik. Also in diesem Satz wäre jetzt zum Beispiel Schick dir das Verb. Dieses Verb verlangt drei Ergänzungen mit bestimmten semantischen Rollen. Die folgenden Satzlieder erfüllen diese Anforderungen. Ja, also das heißt, wir haben ein Satzglied, das ist Anna, Agens, Satzglied, ne Moment, Satzglied, Agens wäre hier der Dozent, Satzglied Rezipient wäre die Person, die etwas bekommt. Das wäre hier dem Studenten. Und das Satzglied, das wäre hier eine knappe E-Mail mit Aufgaben und Lösung wäre Patience. Das, was Sie daran aber schon sehen, ist, dass die Dudengrammatik hier wenigstens drei Ebenen miteinander vermengt. Nämlich zum einen gibt es eine Satzgliedbestimmung, die mehr oder weniger nur herausarbeiten soll, dass es irgendein Teil ist, dass man verschieben kann. Und sie verwendet aber hier nicht zunächst zur Definition ein Vormerkmal. Ja, dann müsste man nämlich sagen, Anna, das ist eine Nominalkruppe im Nominativ. Und sie sagt auch nicht Subjekt, sondern sie sagt Agens. Und Agens deutet, wenn Sie sich vor uns an die Einführung erinnern, an die sogenannten Deep Cases. Das heißt, das ist eine semantische Rolle, die schlussendlich unter der sprachlichen Oberfläche liegt und die Sie nur erschließen können, wenn Sie entsprechende Strukturen vorher gelernt haben. Deswegen ist die Dudengrammatik hier schon relativ progressiv, aber zugleich auch sehr voraussetzungsreich. Also zur Einleitung, was ist ein Satz, wird nebenbei mal die semantische Tiefenstruktur von Fillmore eingeführt, ohne das irgendwie zu kommentieren. Okay, also Sie sehen, es gibt hier in dieser Beschreibung der Funktion oder der Bedeutung oder was auch immer überhaupt keine klaren Vereinbarungen darauf, wie man diese stringent vermittelt, sondern es ist egal, wo Sie reinschauen, Sie können auch hier bei Welke reinschauen, da wird irgendwie auch von Pragmatik und von Form und Funktion und so weiter und Stellungszusammenhängen gesprochen, aber es ist nicht einheitlich. Er beschreibt hier zum Beispiel den Satz, das ist sehr schön, Emil steht neben der Frau im Sessel und das ist ein typisches Ding von Welke. Das macht er gern. Das zeige ich mal als Bild ganz kurz ins Video. Wegen Urheberrecht nehme ich es jetzt mal wieder raus. Es geht im Wesentlichen darum, nämlich ob, wenn ich den Satz sage, Emil steht neben der Frau im Sessel, ob die Frau im Sessel sitzt oder Emil im Sessel steht. Welke hat daran immer große Freude, das heißt an dem Aufzeigen der Absurdität und Ambiguitäten sprachlicher Strukturen und verwendet darauf auch einen Großteil seiner Arbeiten. Aber er benutzt es als Einstiegsbeispiel, um klar zu zeigen, dass es sich bei bestimmten Präpositionalphrasen eben nicht zwingend um lokaladverbiale handelt, sondern möglicherweise um Attribute. Und das wird hier auch in dem Satz deutlich, das habe ich versucht, hier durch Fettdruck hervorzuheben, dass nämlich Attribute oder attributive Teile keinen Satzgliedstatus haben, sondern sie sind Satzgliedteile. Das ist die wichtigste Differenzion. Alles das, was Sie verschieben können, ist Satzglied. Das, was Sie nicht verschieben können, ist selbst Satzgliedteil und Attribute gehören dazu. Sie sehen das im Beispiel Satz bei knapp. Eine knappe E-Mail, das wäre ein adjektivisches Attribut, ist Teil des Satzglieds, hier im, wenn Sie das funktional bestimmen, Akkusativobjekt. Und dann haben wir noch eine sehr interessante Präpositionalgruppe mit Aufgaben und Lösungen. Und dies können Sie auch nicht verschieben, sondern die hängt irgendwie an E-Mail dran, also an diesem Akkusativobjekt und ist deswegen als Präpositionalattribut einzustufen und damit keinen eigenen Satzglied. Also Sie können ja mal versuchen, den Satz umzustellen, spaßenshalber. Ich denke, dass Ihnen das nicht gelingt. So, damit sind wir eigentlich schon durch. Jetzt nur vielleicht die Frage, auf was wir uns einigen sollen. Ich würde mal mit dem funktionalen Begriff jetzt weitermachen, damit Sie an Ihr Vorwissen anschließen können, das Sie hoffentlich mitbringen. Und zwar würde ich das Ganze beschreiben aus Eisenberg, Peter Eisenbergs Grundriss der Deutschen Sprache, Band 2, der Satz. Band 1 ist das Wort. Er ist eine der immer noch der Standardgrammatiken, die man zu diesem Thema sich anschauen kann. Und warum wähle ich das hier aus? Weil er einen aus meiner Sicht sehr schönen relationalen, ein relationales Konzept dieser Begriffe Subjekt, Objekt und Prädikat entwickelt. Und die würde ich Ihnen jetzt ganz gerne vorstellen. Wie gesagt, das ist nicht das einzige Modell. Sie können so viele Grammatiken, wie Sie anschauen, ich zeige jetzt Ihnen mal diesen Stoß, ja, so viele unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man eine Satzglied-Analyse sauber durchführt, werden Sie auch finden. Vielleicht ganz kurz zur begrifflichen Einstimmung. Eisenberg benutzt Wortarten und Wortartengruppen zur Bestimmung von sogenannten Konstituenten-Kategorien. Das heißt, Sie sehen das hier, ich habe den Beispielsatz mal aufgefächert, nach unterschiedlichen Wortarten und vor allem unterschiedlichen Wortartengruppen. Wobei Sie sehen, dass die Adverbgruppe und die Kronom-Gruppe nicht dort mit aufgenommen ist. Schlussendlich sind das die Auflistungen der Konstituenten-Kategorien. Das ist einmal zur Bestimmung ganz sinnvoll und jetzt auch zur weiteren Ausdifferenzierung unterscheidet Eisenberg zwischen Einheiten und Wortkategorien. Einheiten-Kategorien wie Kasus und Numerus, die hier hinter dieser Auflistung stehen, sind zum Beispiel bei Substantiven als Konstituenten-Kategorie flexibel. Also die können wechseln zwischen den vier Kasus, die wir haben, und den zwei Numeri. Und daneben gibt es Wortkategorien, die festgeschrieben sind. Und dazu zählt zum Beispiel das grammatische Geschlecht. Und diese sind unveränderbar. Also die hängen faktisch am Wort. Und für diese Differenzierung, die brauchen Sie jetzt nicht zwingend mit nachzuvollziehen. Die werden nur auf den Schaubildern, die ich jetzt als nächstes zeige, spielen die eine Rolle. Denn worauf ich hinaus will, ist, dass wir zum einen, dass er eine Konstituenten-Struktur dieses Satzes aufbaut. Den habe ich jetzt hier vereinfacht. Der Dozent schickt er eine E-Mail. So, dass Sie unterschiedliche Konstituenten-Kategorien anheften können an das sprachliche Material. Daraus unterschiedliche Gruppen bauen, die wiederum zu einer Satzstruktur führen. Und man hat gleichzeitig eine Markierungsstruktur, die sich auf die Einheiten- und Wortkategorien bezieht. Das heißt, die Markierungskategorien nach Eisenberg. Das Ganze nur, um Ihnen jetzt mal zu illustrieren, dass man das in der Form bezeichnen kann und genauer beschreiben kann. Und ich würde jetzt nämlich ganz gern auf die Relationen zu sprechen kommen, die eine Rolle oder wie Sie zum Beispiel ein Subjekt beschreiben können. Und zwar zunächst formal, noch nicht im Hinblick auf die Frage, welche Semantik das Ganze hat oder welche Funktion oder welche Bedeutung, sondern es geht hier um den funktionalen Zusammenhang im Satz. Also das heißt, welche Funktion übernimmt diese sprachliche Struktur im Satz? Es geht hier nicht um eine Aussage darüber, ob im Satz... Moment, was war der Beispielsatz? Das folgende Beispiel... Also wenn man zum Beispiel fragte, ob der Dozent Agens sei. Also das heißt, das spielt überhaupt noch keine Rolle, also die semantische Struktur des Ganzen, sondern es geht um die Funktion einer sprachlichen Einheit im Satz. Okay, wenn wir über das Subjekt sprechen, dann dürften wir uns relativ einig darüber sein, dass das hier in diesem Beispielsatz der Dozent ist. Und Eisenberg schlägt vor, dass man diese funktionalen Begriffe, die Sie gelernt haben in der traditionellen Grammatik, als Relationen beschreibt. Und zwar als syntaktische Relationen mit einem Vorbereich und einem Nachbereich. Vielleicht ganz kurz zur Definition. Das Subjekt definiert sich so. Im Vorbereich der Subjekt-Relationen, Subjekt, treten Nomina und Nominalkruppen im Nominativ auf. Zu-Infinitive, indirekte Fragesätze und konjunktionale Nebensätze. Im Nachbereich der Relationen treten Vollverben, Kopularverben und Modalverben auf. Und damit haben Sie eine sehr schöne formale Bestimmung, die sich zunächst auf die Form bezieht, also auf Kategorien und funktional eine Relation beschreibt. Also damit sind Sie erstmal relativ sicher und müssen nur keine Aussagen darüber machen, ob ein Subjekt dadurch ausgezeichnet sei, dass es Agens-Status habe. Das trifft nämlich leider nicht auf alle zu. Also das Wetter ist schön. Sehen Sie schon, da haben Sie auch ein Subjekt wie Wetter. Was zutrifft, ist die Beschreibung der syntaktischen Relation nach Eisenberg. Aber das Wetter ist nicht Agens. Kommen wir mal zum Prädikat. Das wäre das zweite Wichtigste. Im Vorbereich der Prädikat-Relation treten Formen von Vollverben und Kopularverben auf. Das heißt, wir haben eine unterschiedliche Konstruktion, nämlich dass man tatsächlich im Vorbereich das Prädikat definiert, ähnlich wie beim Subjekt und dann tatsächlich eine Satzstruktur anhängt. Hier in dem Fall wäre das der Satz und diese Prädikat-Relation kann sich auf unterschiedliche Entitäten beziehen. So, jetzt zum Objekt. Im Definition ist ja umgeschrieben. Es verhält sich faktisch wie die Subjekt-Relation. Tritt eine Form des Vorverbs auf, von dem das Objekt regiert wird. Im Vorbereich stehen Nominale im Genitiv, Dativ und im Akkusativ. Das wäre das direkte Objekt, ist das Objekt im Akkusativ. Und an die Stelle des direkten Objektes können zu infinitive, indirekte Fragesätze und konjunktional Nebensätze treten. Und eine weitere Möglichkeit ist die Besetzung mit Präpositional-Objekten. Das heißt, die Objekt-Relation ist der Subjekt-Relation sehr, sehr ähnlich, denn sie lässt sich unterscheiden, dass im Vorbereich Nominale Gruppen andere Kasus annehmen. Das heißt, andere Einheiten, also dass die Einheiten-Kategorie anders besetzt sind, wobei alle anderen Kategorien identisch bleiben können. Und das gelingt wiederum nur, und das ist jetzt wichtig, weil zusätzlich ein sogenanntes Prädikatsnomen unterschieden wird. Das Prädikatsnomen verhält sich nämlich formal wie ein Subjekt. Und ich lese das mal ganz kurz vor. Das Prädikatsnomen ist ein Nominal im Nominativ bzw. ein Adjektiv in Kurzform im Vorbereich. Und im Nachbereich der Relation des Prädikatsnomen steht immer eine Form eines Koppler-Verbs. Das heißt, schlussendlich können Sie in so einem Beispielsatz wie bei Peter ist Lehrer anhand der Form nicht entscheiden, ob es sich um eine Subjektsrelation handelt oder um eine Relation des Prädikatsnoms. Denn tatsächlich oder ein Objekt, wenn Sie den Subjektbegriff ansetzen, wäre möglicherweise sowohl Peter als auch Lehrer haben beide Subjektqualität. Und um das zu kategorisieren, behilft sich Eisenberg dadurch, das ist übrigens eine typische Interpretation an der Stelle, dadurch, dass er bestimmte Koppler-Verben ins Spiel bringt, die er von anderen Verben unterscheidet. Das sind im deutschen Sein-Werden-Bleiben. Das sind die drei wichtigsten. Daneben gibt es noch eine ganze Menge anderer, die Koppler-ähnliche Eigenschaften haben. Und es gibt auch andere syntaktische Strukturen, die Koppler-ähnliche Qualitäten haben. Also das sind Verbinder. Und es kann auch gleichzeitig ein Adjektiv sein. Und das heißt, das sind die Möglichkeiten, um hier zu differenzieren. Das heißt, Subjekt, Prädikat, Objekt, Prädikatsnorm. Und die letzten Differenzierungen betreffen das Attribut und das Adverbial. Im Nachbereich dieser Relation tritt ein Substantiv oder ein Nomen auf. Nach der Form im Vorbereich werden Genitivattribut, Präpositionalattribut, das Infinitivische Attribut, das Satzattribut, das Adjektivische Attribut, das Relativsatzattribut und die enge Opposition unterschieden. Wie vorhin schon ganz am Anfang gesagt, ist tatsächlich das Attribut selbst nicht Satzglied, sondern nur Satzgliedteil. Das sieht für das Adverbial anders aus, denn Adverbiale Bestimmungen bilden die heterogenste, das ist die schönste Beschreibung, die heterogenste unter den syntaktischen Relationen. Denn im Vorbereich kann alles Mögliche stehen. Adverbien sogar selbst. Und im Nachbereich steht das, also Adverbien als Wortarten. Und Adverbien können die unterschiedlichste Struktur haben und sich auf die unterschiedlichsten Dinge beziehen. Mit unterschiedlichem Fokus und mit unterschiedlicher Reichweite. Das werden wir aber in der Analyse sehen. Sie sehen also, dass die Satzgliedanalyse selbst traditionell, wie man sie vornimmt, schon zu sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen und Interpretationen führen kann. Und das Ganze würde ich mit Ihnen jetzt ganz gern am Beispiel diskutieren, wobei wir uns hier auf die wichtigsten syntaktischen Relationen konzentrieren wollen und nicht auf eine Ausdiskussion oder eine Diskussion darüber, ob wir jetzt das Subjekt über Formrelation, Funktionsrelation im Satz oder über semantische Rollen definieren. Denn wie am Beispiel gesehen, das Letter ist schön, ist die Definition über semantische Rolle nicht unbedingt immer zielführend, so dass wir hier zu einem sehr schönen, sauberen Forschungsdesign kommen, wenn wir uns verschiedene Ansätze anschauen. Aber das wird eben erst nach dem Input der Fall gewesen sein. Während jetzt in dem ersten Zugriff hier in diesem kurzen Video ich Ihnen nur einen Input geben wollte, wie man und auf welche unterschiedliche Weise man Satzgliedanalysen betreiben kann. Sie sehen schon, aber man ist gut bedient und gut beraten, wenn man unterschiedliche Grammatiken in der Hand hat und in die Hand nimmt. Wobei noch einmal empfohlen sei, dass Sie tatsächlich darüber nachdenken, sich die Dudengrammatik Band 4 bitte anzuschaffen. Nicht nur jetzt für Ihr Studium, sondern auch für Ihre Tätigkeit nach dem Studium, entweder im akademischen Bereich oder in der LehrerInnenbildung und in der Schule. Gut. Das soll es für heute gewesen sein. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Fragen. Genau, werfen wir nochmal einen Blick auf den schönen Turm hier neben mir und freue mich auf Ihre Anregungen, Kommentare und Wünsche und bin für die, die das Video nur sehen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Lasch und mit allen anderen freue ich mich jetzt auf die gemeinsame Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.